Hier ist wieder dein Oliver und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Einfach Verkaufen Punkt. Ja okay, der Titel klingt jetzt etwas merkwürdig, hat jedoch etwas mit einer Vertriebsstrategie zu tun, die vielleicht auch dir helfen kann, um an neue Kontakte heranzukommen und der Titel ist Mehr Umsatz durch Verschenken. Ich denke, ein Großteil unserer Zeit geht für das Thema Recherche verloren, da du erst einmal nachforschen möchtest, wer kann jetzt alles zu meinen potenziellen Kunden gehören. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten mit Branchenbüchern, den sozialen Medien, dem Internet allgemein, also indem man einfach mal in seiner Zielgruppe googelt und genau hier geht eben wertvolle Akquisezeit verloren, weil du in der Zeit, wenn du recherchierst, eben nicht beim Kunden bist und eben keinen Umsatz machen kannst. Das Schöne ist, man kann mit verschiedensten Strategien diese Zeit auf ein Minimum reduzieren und das ist doch sicher auch für dich im Vertrieb interessant. Wenn du noch gar nicht in deiner Zielgruppe angekommen bist und auch noch gar keinen so richtigen Kontakt hast, wirst du dich wundern, wie einfach es sein kann, trotzdem in Kontakt zu kommen. Wenn du regional unterwegs bist und zum Beispiel in einem Verein angemeldet bist, dann ist mit Sicherheit immer einer in diesem Verein, der zumindest einen minimalen Kontakt zu einer Person aus deiner Branche hat oder mindestens jemanden kennt, der eben wiederum Kontakt in deiner Branche hat. Klingt jetzt sehr komplex, ist jedoch sehr einfach. Wenn du zum Beispiel in einer gemütlichen Runde einmal fragst, wüsste jemand von euch der Punkt, Punkt, Punkt oder kennt jemand von euch einen Kontakt zu Punkt, Punkt, Punkt und lass dich mal überraschen, wie gut die meisten wirklich vernetzt sind und nutze das als Aufhänger für die Akquise bei einem neuen Kunden. Wie das geht, würde ich dir in einem separaten Podcast erzählen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Oder du nutzt, wie vorhin angesprochen, soziale Medien wie Xing, LinkedIn und so weiter. Es gibt mit Sicherheit noch viel mehr von diesen Netzwerken. Und schau doch mal da, wer ist denn in deinem momentanen Kontaktumfeld? Und wer hat denn schon erfreulicherweise den einen oder mehrere Kontakte in meine Zielgruppe, auf den ich mich jetzt beziehen kann? Und auch hier ist das so einfach und vor allem viel schneller und effektiver, um an neue Kontakte heranzukommen. Und auch hier gibt es Vereine beziehungsweise Gruppen, in denen man sich anmelden und austauschen kann. Nutze hier die Chance und trete diesen Gruppen bei, die sich zum Beispiel eben genau auf deine Gruppe spezifiziert haben. Und schon wirst du sehen, wie viele neue Kontakte du bekommst, ohne eben lange recherchieren zu müssen. So, und jetzt komme ich zum wirklichen Thema meiner Podcast-Folge. Und zwar geht es um das Thema Verschenken und damit trotzdem erheblich mehr Umsatz zu machen. Wer von euch schon mal an einem Gewinnspiel teilgenommen hat, der weiß, was jetzt kommt. Und zwar dein grundsätzliches Interesse an einem Produkt oder einer Dienstleistung. Und wie komme ich jetzt darauf? Ich habe einem meiner aktuellen Kunden vorgeschlagen, ein Gewinnspiel zu machen und vor Ort bei einem seiner Handelsstandorte eine Art Teilnehmerbox aufzustellen, wo man als potenzieller Endkunde teilnehmen kann. So, und warum machen wir das? Es ist ein neues und sehr gutes Produkt, jedoch darf erst einmal von der Ziel- und Kundengruppe, sagen wir mal, anerkannt werden. Also die Kunden sollen erst einmal Vertrauen aufbauen. Und das wirklich Geniale daran ist, dass ich mir mit dieser Strategie einen mehrstufigen Vertriebserfolg aufbauen kann. Also aus einmal Verschenken einen sehr großen Mehrumsatz generieren kann. Und das wird folgendermaßen funktionieren. Du verschenkst einmal dieses Produkt, lass uns einfachshalber mal bei einem Produkt bleiben, und hast also einmal einen Wareneinsatz, den du mit einer Nullmarge herausgibst. Also du verdienst Null an diesem Produkt. Wenn sich jetzt zehn Endkunden dafür interessieren, ihre Visitenkarte abgeben, sich in einer Teilnehmerliste eintragen, hast du einmal dein Produkt verschenkt und neun neue potenzielle Kunden, die nicht kalt akquiriert werden müssen von dir, weil sie grundsätzlich Interesse haben an deinem Produkt, sonst würden sie ja nicht teilnehmen. Was du also machst? Du fährst mit deinem Produkt zum Gewinner, übergibst ihm dieses, machst noch ein schönes Foto mit ihm, denn es heißt ja so schön, überzeugen mit Zeugen. Du kannst dieses für deine weitere Werbung nutzen, der glückliche Gewinner von ... und dann nutzt du die Chance, wenn er möchte, auch noch für ein kleines Interview und fragst ihn, was ihn daran gereizt hat, sich für dieses Produkt zu bewerben. So, hier bekommst du wieder zusätzliches Futter für die weitere Akquise und kannst das in jedem Gesprächseinstieg bei einem Neukunden nachher nutzen. Wissen Sie, bei unserem damaligen Gewinnspiel hat Herr X besonders überzeugt, dass ... dann bringst du wieder Merkmale und natürlich ganz wichtig, den Nutzen für den Kunden. Dein wirklicher Gewinn, der beginnt jetzt, indem du Kontakt aufnimmst zu diesen neuen verbleibenden Kontakten und ihnen ein Angebot machst. Diese haben ja Interesse an deinem Produkt. Du bedankst dich für ihren Mut, den sie hatten, daran teilzunehmen und machst ihnen dafür ein besonderes Angebot. Das muss jetzt nicht auf das Produkt umgelagert werden, denn das hat ja seinen berechtigten Preis, sondern vielleicht einen gemeinsamen Vor-Ort-Termin oder irgendwas Ähnliches, wo du also eine Art besondere Serviceleistung anbietest. Was du dann noch machen solltest, frage auch hier wieder nach Empfehlungen. Lieber Kunde, Sie haben sich ja damals aufgrund von X für unser Gewinnspiel interessiert. Jetzt konnte ja leider nicht jeder dieses Glück haben, teilzunehmen. Kennen Sie noch jemanden aus Ihrem Bekanntenkreis, für den das auch interessant sein könnte? Wenn du jetzt merkst, worauf ich hinaus möchte, dann siehst du, dass aus einem verschenkten Produkt mindestens neun weitere potenzielle Kundenkontakte entstanden sind, die wiederum ebenfalls die Möglichkeit bieten, weitere Kontakte ins Spiel zu bringen, die wiederum auch für das Produkt in Frage kommen. Geniale Sache, oder? Versuche es doch mal mit dieser Strategie, gehe also in Vorleistung und du wirst sehen, wie viel Potenzial sich für dich auf einmal entfalten kann. Wenn du dazu weitere Fragen hast und wissen möchtest, wie das auch für dich funktionieren kann, dann melde dich gerne bei mir. Meine Kontaktdaten sind wie immer in den Shownotes zu finden. Damit wünsche ich dir jetzt einen erfolgreichen Wochenstart, viel Erfolg beim Mehrumsatz machen und wenn du möchtest, dann hören wir uns natürlich in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, das war dein Oliver, mach's gut.